Grüne und FDP fliegen aus dem Landtag in Thüringen in der aktuellsten Umfrage von Wahlkreisprognose. Wir gucken uns das ganz genau an. Ist es Hoffnung oder ist das nur Wunschdenken? Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo da lassen. Denn zugleich führt nämlich auch der Verfassungsschutz in Thüringen, was im Schilde, um einen Wahlerfolg zu verhindern, beziehungsweise ihn deutlich zu verschmälern, dass die AfD auch als führende Partei, wenn sie die Wahlen tatsächlich gewinnen sollten, ganz, ganz große Probleme bekommt. Das gucken wir uns alles an. So, und dann sehen wir das Ganze erstmal hier bei der Wahlkreisprognose. Wir sehen, ach, das ist schön. Da wären sie wirklich mit raus. Da wären sie mit raus. Da hätten sie aktuell drei Prozent. Beim letzten Umfrage waren es noch vier Prozent, damit ja auch schon raus gewesen. Und jetzt aber hier ganz eindeutig mit drei Prozent. Da braucht man nicht mehr darüber diskutieren. Sie sind irrelevant. Die Thüringer, Grüße an alle aus Thüringen an der Stelle gehen raus, haben es verstanden, die Grünen gehören nicht in irgendwelche politischen Ämter. Punkt. Ganz einfach. Ähnlich wird mit der FDP-Verfahren. Die verliert sogar hier im Vergleich zum letzten Trend um zwei Prozent und somit nur noch bei vier Prozent angekommen und damit ebenfalls raus aus dem Thüringer Landtag. Und wenn man sich überlegt, dass sie 2020 noch den Ministerpräsidenten zumindest für ein paar Tage gestellt haben, bis die Wahl rückgängig gemacht wurde, wisst ihr, Leute, das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Aber, interessant, die Linke bekommt eine Zustimmung von zwei Prozent. Mensch, Thüringer, was ist denn da mit euch los? Da geht es ja in eine ganz, ganz interessante Richtung. Das sieht man mal wieder. Entweder wird links gewählt oder wird rechts gewählt. Die Mitte, jetzt hier die CDU, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, sie ist ja eigentlich auch hier mittlerweile links der Mitte angesiedelt, verliert nämlich ebenfalls 1,5 Prozent. SPD wiederum auch einen fetten Verlust von drei Prozent. Und wenn das so weitergeht, könnte es darauf hinauslaufen, dass in Thüringen nur noch drei Parteien im nächsten Landtag vertreten sind. Sprich, Linke, AfD und CDU. Und dann wird das Ganze aber richtig lustig. Ja, und damit sind wir auch bei der letzten Partei angekommen und das ist ein Wahnsinnsergebnis in dieser Umfrage. Mit einem Plus von 6,5 Prozent sind sie nämlich bei exakt 36,5 Prozent. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein ganz grandios hohes Ergebnis und das ist der Bestwert, der bei einer Umfrage für die Landtagswahlen oder überhaupt den Landtagstrend in Thüringen jemals erreicht wurde. Also wirklich ganz höchst interessant. Wir können leider noch keine genauen Koalitionsbildungen uns angucken, denn hier per DAWUM, wo man das ja so schön dann auch in den Kuchendiagrammen sehen kann, sind nur die letzten Ergebnisse der letzten drei Parteien drin. Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, 9.11. auch mal diesen Verlauf hier zu sehen. Jetzt hier zu nach Weihnachten ist diese Umfrage ja rausgekommen und gemacht worden vom 17. Dezember bis 24. Dezember. So und dann, wenn wir uns das angucken, AfD nochmal deutlich gestiegen. CDU hier deutlich schwächer, aber die Linke wiederum auch nochmal deutlich schwächer. Und klar, unterschiedliche Umfrageinstitute, die die durchführen, da kommt natürlich generell auch schon mal ein bisschen was anderes raus. Aber wir sehen ja gerade bei der AfD ist eindeutig die stärkste Partei aktuell in Thüringen. Davon gehe ich auch mittlerweile ganz klar aus, dass sie die Wahlen gewinnen wird, wenn man es nicht vorher noch schaffen sollte, diese Partei nicht aufstellen zu lassen. Sprich respektive vielleicht sogar komplett verbieten zu lassen, bundesweit oder auf Landesebene beispielsweise in Thüringen. Da müssen wir mal abwarten. Die Ergebnisse oder Möglichkeiten der Wahlen gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal das hier. Ist ein Plusartikel. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, die Süddeutsche zu unterstützen. Deswegen habe ich mir nicht gekauft. Aber wir lesen mal hier die ersten paar Zeilen. Zitat. Wir schlafwandeln in ein Desaster. Als es hier im Interview mit der Süddeutschen und, das ist niemand Geringeres, als Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD wiederum, drängt auf eine Änderung der Landesverfassung, um zu verhindern, dass die AfD trotz einer Mehrheit der demokratischen Parteien Machtpositionen in dem Bundesland erringen kann. Und jetzt überlegt euch mal, diesen Satz, das ist kein Zitat, das heißt, der die Autoren hier, Markus Balser und Iris Mayer, haben das so geschrieben. Trotz einer Mehrheit der demokratischen Parteien Machtpositionen in dem Bundesland erringen kann. Die Formulierung alleine, die anderen Parteien als demokratische Parteien zu bezeichnen und die AfD nicht, finde ich persönlich absolut Wahnsinn. Zweitens, inhaltlich darauf einzugehen, man möchte also verhindern, dass eine Partei, die demokratisch wählbar ist, die demokratisch gewählt werden wird und gegebenenfalls auch demokratisch bei dieser Wahl die Mehrheit der Stimmen der Bürger, der Wahlberechtigten auf sich ziehen wird. Das möchte man demokratisch verhindern? Also, sag mal, habt ihr sie noch alle? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist absolut lächerlich, was hier passiert. Das kannst du dir doch wirklich nicht mehr ausdenken, in welche Richtung das geht, das jetzt hier drängt auf eine Änderung der Landesverfassung, um zu verhindern, bla bla bla, dass die Partei Machtpositionen in dem Bundesland erringen kann. Das soll Demokratie sein. So sieht Demokratie 2023 in Thüringen offensichtlich aus. Da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen und sagen, das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Nein, Leute, das geht alles gerade aktuell ziemlich schnell und ziemlich rasant in eine ganz, ganz falsche Richtung. Aber wen sollte das überraschen? Das sind Sachen, die hat es schon vor Jahren in Deutschland in dieser Art und Weise, nicht in diesem Ausmaß, aber in der Art und Weise gegeben. Ich erinnere gerne daran zurück, als in die AfD hätte eigentlich rechtmäßig den Alterspräsidenten im Bundestag gestellt. Das wäre der Herr Gauland gewesen, denn er war der älteste Mann im Bundestag. Dementsprechend der Alterspräsident gab es jahrzehntelang, dass das der älteste vom Geburtsjahr berechnet Mensch im Bundestag gemacht hat. Das wurde kurz vorher geändert, wo man gesehen hat, ja Moment, jetzt kommt die AfD in den Bundestag. Ja, da müssen wir irgend so etwas ausdenken. Was hieß es dann? Der Alterspräsident war dann auf einmal der dienstälteste Abgeordnete im Bundestag. War seinerzeit der zwischenzeitlich verstorbene Wolfgang Schäuble, der mit, dann zum Ende hin, mit 50 Abgeordnetenjahren rausgegangen ist, ungefähr aus dem Bundestag. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Aber genau sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nämlich jetzt hingegangen wird und man wird kurz vorher noch versuchen hier, mit allen Mitteln und Wegen zu verhindern, dass die Alternative eine Möglichkeit bekommt, was für die Bürger zu tun und ihre Wahlversprechen einzulösen, indem man die Landesverfassung ändern möchte. Nein, Leute, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Skandal, der hoffentlich gut und groß rauskommt, dass das so nicht durchgesetzt wird. Deswegen teilt dieses Video auch unbedingt. Zurück zu kommen nochmal zu den aktuellen Umfragen. Das macht Ihnen ja Angst, ganz offensichtlich. Sie suchen nach Mitteln und Wegen, das irgendwie alles zu verhindern und noch zu bremsen. Aber das werden sie nicht schaffen. Davon gehe ich nicht aus. Und dann sehen wir ja hier, basierend auf dieser Ergebnisse vom 9.11., AfD und CDU. Warum bilden die keine Koalition? Ach so, ja klar, Brandmauer nach rechts. Brandmauer nach links? Wird es die nach der Wahl geben? Wer weiß. Denn, wenn wir uns das hier angucken, wäre das CDU, Linke und SPD zusammen. Andere Möglichkeit besteht einfach nicht. Und spannend wird es natürlich, wenn dann wirklich die SPD auch rausfliegen, beziehungsweise gar nicht mehr reinkommen würde in den Landtag. Jetzt schreibt mal eure Meinung unten rein. Was werden die sich ausdenken? Wie werden sie vorgehen? Lasst unbedingt ein Abo da bei diesem Kanal. Danke dafür. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.